Ja, hey Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Forrest Adventure, mein Name ist Tim und ich bin Paul. Ja, und heute sind wir in den Wald unterwegs und zwar, wir gehen zum Ushkraft Camp, genau, wir sind jetzt fast da, wir müssen einen kleinen Hanghof laufen und, krass, drei Monate ist her, das ist ja schon idiotisch und leckig. Ja, genau, ich würde sagen, let's go. Ja, das Feuer brennt. Ja, genau. Wo ist der Rauch? Da ist der Rauch, da ist der Feuer. Jawohl, das ist immer gut, ein Feuer zu haben, schön warm. Ja, jetzt machen wir noch ein paar Slow-Mos, beim Sägen und beim Spalten. Wir haben nämlich heute die GoPro mit einem Gimbal dabei. Genau. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, dass schön smoothen Aufnahmen rauskamen und, ja, da schon mal kurz ein Dankeschön an Marc. Echt cool. Ähm, genau. Ihr habt schon gesehen, wie das Ergebnis ist, wir wissen es noch nicht. Ja, ganz cool, auf jeden Fall mal wieder draußen zu sein. Genau. Ja. So, jetzt, äh, seht ihr schon hinter mir, Tim buddelt da so ein Loch. Ja, das haben wir auch schon leicht angefangen, das letzte Mal. Also vor fast einem halben Jahr. Und, ähm, genau, was da geschieht, über irgendeinem Maßen, wir werden da jetzt, äh, einen ziemlich starken Asch dran stellen, beziehungsweise Stamm. Und, äh, ja, dass der dann hier hoch geht. Und, das muss ich mal von hier außen zeigen, da wird dann, wenn da hier der Stamm entsteht, äh, da, da unten, wird dann von den Seiten so ein Dach gemacht. Und der Stamm ist halt so der Hauptträger. Genau. Deswegen, Tim buddelt das Loch. Und, ich such mal den Stamm. Beziehungsweise, ich suche einen geeigneten Stamm. Wenn ich einen finde. Ja, vielleicht da hinten irgendwo. Ja. Ja, vielleicht da hinten. Ja, vielleicht da hinten. Ja, vielleicht da hinten. Ja, vielleicht da hinten. Ja. Ja, vielleicht da hinten. 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 So, ähm, ja, das Feuerbeschlang ist runtergebrannt, da unten sieht man, ähm, so ein Ranz, ja, so ein Balken, ich halt ein bisschen improvisiert, aber hält einigermaßen gut, ja, genau. Ja, Tim noch was dazu zu sagen. Fertig, aber jetzt machen wir noch einen Stamm oben drauf und dann fertig. Machen wir. So, Tim macht jetzt da noch die Acht hin, mit einem kleinen Stückchen Schnur, bzw. was ist das, Naturschnur oder? Naturfaser, 30 Meter. Genau, dass wir hier einfach den Balken auflegen können, von da nach da. Genau, das machen wir dann nächstes Mal und ich mach jetzt noch hier die ganze Erde weg. Und, ja, genau. So, jetzt könnt ihr hier sehen, wie, so könnt ihr euch das vorstellen, das ganze Ding. Da ist jetzt der Pfosten und da nach rechts und nach links geht's runter. Das Dach, genau. Ja, wir packen jetzt mal ein. Konstruktion. Aufkommen. Safety first immer. Ja, passt euch auf, das ist vielleicht nicht so das Beste, aber... Hat funktioniert? Ja, ich hatte die Sicherheitskunden an, rundheran, ich wurde da oben befestigt. Genau, da oben. Gehen euch hier die Schnellwässer runter, dann kommt hier eine 4x3 Meter Bahn hin. Wenn's reicht. Ja, kann das schon passen, wenn man ein Dach über den Kopf, hier hinten, wenn man das so festlegt, dass wir mit seinen Bäumen abgeschnitten haben. Immer hier im Hintergrund haben wir es einfach draufgelegt, das heißt, die Richtung stammt runter, dann kann es nicht verrutschen, oder wenig verrutschen. Ja, genau, das ist heute unser Projekt gewesen, aufräumen und Dachleiter bauen. Ich würde sagen, ist gut vorangekommen. Ja, genau, da würde ich eigentlich schon fast sagen... Verabschieden wir uns. Ja, wie immer. Wenn euch die nächste Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns genauer, bis nächstes Mal, haut rein. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.